50 Kilo? 50? Ja. 60? 55? 55. 55 Kilo. Ein Steuermann? Wenig. Ja. Ich glaube mindestens 60 Kilo. Aber ich weiß es auch nicht genau. Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Ich glaube die Frauen sind 50 Kilo. Ich glaube 55 Kilo. Also minimal. Mehr darf er natürlich. Und wenn sie weniger kriegen, kriegen sie Gewichte mit. Oder? 60? 65? Nein. Die Steirer sind alle so klein, ja. 50 Kilo. Nein, 50 Kilo. Ein kleiner Wupp. Ja, da fand ich einen Steuermann groß. Ich könnte ungefähr zwei Steuermänner stellen.